Der dritte Tag begann mit einer Fahrt in einen Schweizer Postbus bis hinauf zu einem sogenannten Umprallpass. Von dort mussten wir das Rad nach 500 km bis zum Gipfel schieben bzw. tragen. Untertitelung des ZDF, 2020 Superhero Can I be your Superhero? Superhero 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 Fly all away Superhero 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 You're a superhero You're a superhero Can I be a superhero? Superhero 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 Can I be your superhero? Superhero 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 Ja, das war's vom dritten Biketag, lasst auf jeden Fall ein Abo da und eine Bewertung und kommentiert unten, was ich in den nächsten Videos verbessern könnte. Ciao!